Servus Leute, Super Mario Lufis hier und heute möchte ich mich zurück mit einem neuen Handler Reset Video. Ich werde euch in diesem Video die besten Items vorstellen. Also es wird keinen vollen Handler Reset geben. Ich werde meiner Meinung nach hier die besten Dinge, was am besten für euch zu gebrauchen sind, herzeigen. Aber zuallererst würde ich euch mal sagen, heute ist ja der Raid Tag. Heute kommt die Operation Iron Horse heraus. Das ist der zweite Raid, der von 9 Monaten schon herauskommen sollte. Heute ist es nun endlich soweit. Um 18 Uhr soll es losgehen. Ich weiß, never play on a patch day. Aber ja, die Neugier zieht mich trotzdem hin. Ich werde heute den Raid versuchen. Ab 18 Uhr wird hier auf meinem Kanal die Raid Versuche geben auf der Playstation 4. Mal schauen, wie schwierig das ist auf der Konsole wieder mal. Ich werde um 18 Uhr mit einem Squad probieren und um 20 Uhr mit einem anderen dann quasi. und werde dann eigentlich bis in die Nacht rein streamen. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, mich unterstützt. Vielleicht habt ihr Tipps, wie man was machen kann. Wäre auf jeden Fall gut, ein bisschen Hilfe zu haben. Man weiß ja, der erste Raid hat ewig gedauert, bis der geschafft wurde auf der Playstation. Schon ewig im Spielzeitalter ist das ja ein paar Tage. Wenn man denkt, die PC-Spieler hatten das schon nach ein paar Stunden. Und ja, vielleicht könnt ihr uns ja bei den ganzen Mechaniken helfen. Würde mich freuen. Wie gesagt, 18 Uhr. Ich werde schon ein bisschen vorher online sein natürlich. Ein bisschen die Lage besprechen. Wie gesagt, erste Wunde. Die vier anderen Leute kenne ich nicht mit denen, dass ich spiele. Drei andere Leute ist mein Klan. Und am 8 Uhr spiele ich dann hauptsächlich mit meinem Klan. Da sollte es dann hoffentlich dann hinhauen. Mal schauen, was uns da erwartet. Und jetzt würde ich mal sagen, hier genug geredet. Fangen wir mal mit dem Händler an. Denn der hat es diese Woche in sich. Beziehungsweise gibt es sehr viele Items zu kaufen, die man gebrauchen kann. Beziehungsweise sehr viele Max-Attribute, welche man speichern kann. Anfangen tun wir wie immer im Weißen Haus. Und wie ihr wisst oder wissen solltet, gibt es jetzt bei jedem Händler ein Named Item. Da gibt es heute im Weißen Haus eine unsichtbare Wand. Doch, die ich auf keinen Fall kaufe. Denn später werde ich euch noch eine unsichtbare Hand her zeigen. Und die ist besser als diese. Und ja, da komme ich dann später darauf zurück. Eine G36. Das Talent ist hier nicht so schlecht. Mit Feuerratte oben. Ich weiß, das werden viele sagen, das gibt dann die besten Items. Aber schlaft nicht an dem Talent. Das Talent ist seit einem Update wirklich gut. Auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann gibt es beim Clan-Händler eine Feuerteufel mit maximaler Crit-Chance. Wenn ihr ein Crit-Bild spielt und die Feuerteufel hier noch maximale Waffenschaden, Sturmgewehrschaden rauf. Und dann habt ihr fast eine Gottwohl-Feuerteufel. Dilemma Holster gibt es noch mit 12,7 Waffenschaden. Ein Asse und Achter Holster mit maximalen Waffenschaden. Sniper sind wieder beliebter. Speziell mit der exotischen Sniper Mantis. Und das Asse und Achter Set ist für Sniper ausgelegt. Und mit maximalen Waffenschaden auf jeden Fall immer zu gebrauchen. Ein Gearset Stürmer. Könnt ihr vergessen. Nicht spielen. Haut es in die Tonne. Hier haben wir eine Pistole mit maximalen Rüstungsschaden. Brotkorb. Das ist sehr gut für Pistolen. Das Talent eben, wenn ihr einen Körpertreffer macht, macht ihr mit dem nächsten Kopfschussschaden. Hier mehr Schaden für 10 Sekunden. Und dann könnt ihr euch noch Pistolenschaden auf Maximum rollen. Und ihr habt eine fast perfekte Pistole. Dann haben wir einen Rallye Holdings Rucksack mit maximalen Crit Damage. Und beherrschen schon. Da macht ihr 15% mehr Schaden in der Deckung. Beim Sniper hockt ihr in der Deckung. Dann noch hier Crit Chance raufrollen. Oder eben maximalen Waffenschaden. Besser Crit Chance oder Kopfschussschaden. Dann habt ihr auch einen sehr guten Rucksack hier. Ein Alpsummit Holster mit maximaler Lebensenergie. Für Speichern, falls ihr noch nicht habt. Gibt es auch noch Reparaturfertigkeiten fast auf Maximum auf dem Handschuh. Hier haben wir noch Widerstand gegen Blender 8,9. Und einen Mod für die Aktivgeneration für das Schild. Für ein Tankset bzw. Status Supporter Set. Dann gehen wir weiter in den Campus. Da gibt es Ekims Longstick. Wie gesagt, die ist Mist, würde ich mal sagen. Aber ja, falls ihr es noch nicht habt. Es gibt sie zum Kaufen. Hier haben wir eine Ralli-Maske mit Fertigkeitenschaden Maximum. Dann gehen wir weiter ins Theater. Dann gibt es eine Boomstick. Maximalen Rüstungsschaden hat die oben. Dann gibt es noch eine gute M&E mit maximalen Waffenschaden. Der Rest ist leider nicht zu gebrauchen. Also wenn ihr nur den Waffenschaden hier braucht, kauft es. Sonst lasst es sein. Auf jeden Fall zum Speichern 15% Gewehrschaden habt ihr. Dann haben wir Walker, Harrys, Knie-Schoner, Gefahrenschutz und Crit-Damage. Das könnt ihr dann oben das Attribut rollen, falls ihr so ein Gefahrenset-Crit-Bild wollt. Und ein bisschen Ausdauer. Da könnt ihr auf Ausdauer hier rollen, weil Crit-Damage und Gefahrenschutz dann schon oben ist. Dann haben wir noch ein Schild-Mod mit 4% Schadensbonus pro Gegner. Das ist ziemlich gut. Falls ihr noch nicht habt, wie gesagt, und Schild spielen wollt, das braucht ihr auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch eine Schrotflinte. Eine nehmt, wenn ihr sie haben wollt, die Boomstick und kauft es. Wie gesagt, der Rest ist... Die Attribute sind nicht das Wahre. Dann haben wir noch Zukunftsinitiative, den Handschuh. Asse und Akten-Knie-Schoner mit fast maximalen Statuseffekten, falls ihr braucht. Eine unsichtbare Hand, von der ich vorher schon gesprochen habe, die hat Schaden gegen ungedeckte Ziele außerhalb der Deckung. Deswegen ist die besser, die vorhin hatte, nur Nachladetempo. Hier haben wir noch einen Rucksack vom 5.11er. Der hat aber maximal Rüstung oben, 170.000. Der Rest ist nicht so gut, das Markenset auch nicht. Aber wenn ihr es braucht und noch nicht habt, speichert es. Dann haben wir hier eine Kommando in der DAXON West. Wie gesagt, nicht gut, aber wenn ihr sie haben wollt, unbedingt, dann kaufen. Auch nicht DAXON West, sondern East war mal hier. Fehler von meiner Seite, sorry. Rüstungsschaden hier auf der F2000 maximal zum Speichern. Hier haben wir noch maximal Scharfschützengewehrschaden. Jetzt sind wir hier in Heven beim Händler. Ein D50 gibt es auch, falls ihr die braucht, noch zum Spenden für die exotische Pistole. Der Rest ist hier eigentlich nicht zu gebrauchen. Dann schauen wir mal hinten noch zu unserem Freund Roy Benitez, was der so hat. Der letzte, der müsste einfach so zurücklaufen. Ein paar haben mich gefragt, wie man dort hinkommt. Einfach vom Händler hinlaufen zum Roy Benitez. Das ist leider das Falsche. Nicht ins Lager wollen wir, sondern zu unserem Homie hier. Und schauen wir mal, was der noch so abschließend hat. Auf jeden Fall muss ich sagen, die Händler sind um einiges besser geworden, als was sie waren. Hier haben wir noch eine Weste mit Weiben und Wehren. Mit maximalen Sprengsatz widerspannend, wieder was zum Speichern. Wie gesagt, der Rest ist hier. Schaut hier, Bombenleger braucht kein Mensch, spielt keiner. Hier haben wir noch maximales Waffenhandling auf dem Knieschoner von Walker und Harris, falls ihr es speichern wollt. Also diese Woche sehr viele maximale Attribute hier zum Kaufen. Und man kann wirklich hier seine Werkbank hier halbwegs ausfüllen, würde ich mal sagen. Ich bin froh, dass der Händler besser geworden ist. Es wurde um Zeit, es war wirklich schon mühselig. Jetzt bin ich mal gespannt, was sagt ihr zu den Händlern, zu neuen Attributen, dass der verbessert wurde. Oder sagt ihr noch immer, ja, ich brauche noch immer nichts. Das hätten sie noch besser machen müssen, mehr Händler zumindest hinzufügen. Weil Dax und Händler von Division 1 gibt es ja nicht mehr, wenn man das vergleicht. Division 1 und Division 2, die Händler haben in Division 2 ja extrem viel weniger als in Division 1. So, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, 18 Uhr wäre ich am Start sein, wenn nicht schon früher mit dem Raid. Und dann würde ich mal sagen, ich lasse euch jetzt nochmal einen Vorgeschmack hier, den Raid-Trailer. Und dann sage ich mal, bis später und über einen Like mit einem Follower natürlich. Und über Sharen würde ich mich freuen. Dann, bis später. Ciao, ciao. Nicht spoilern lassen wollt. Und wenn nicht, dann schaut ihr euch einfach an und ich melde mich danach zurück. Und dann, bis später. Und dann, bis später. Auf jeden Fall sehr viele Explosionen im Raid-Trailer erschaffen. Schaut mal wieder.